Willi, kannst du ein Stück nach rechts gehen? Danke. Okay, perfekt. Nicht lang, also Groß Ostheim ist eine halbe Stunde. Wir haben ja von sieben bis sieben offen, das passt ja dann locker. Genau, ist schon eingetragen. Okay, perfekt. Bei uns, oder? Also bei uns in kleinen Auheim gibt es auch ein paar. Da gibt es einmal den grünen Baum, da gibt es, gib doch mal Hotel-Kleinauheim ein. Da gibt es so drei Sachen, glaube ich, auf jeden Fall. Genau, und das ist direkt dann zwei Minuten von uns so weg. Okay. Ja, genau. Das ist klar. Guck, kannst du jetzt rausgucken, wie das aussieht? Oder auf dem Handy-Markett? Okay. Ja, damit man sich früher sieht. Alles klar. Okay. Alles klar. Alles klar. Nö, der hat ja zu irgendein Buch, oder was? Soll ich jetzt was anderes machen? Nö, nö, nö. Soll ich jetzt mal hier, der kommt zu holen? Das ist der Meido. Ja. Ist ja nicht schlecht. Kann ich den da noch mal rein? Ja, wenn du ihn in der Hand hast. Ja. Ja, klar. Wenn du ihn in der Hand hast. Gib dir das zurück. Ja, klar. Das muss der auch noch ertrinken. Playwatch-mäßige Rettungsaktion. Schatten ist weg. Dann werden wir gleich hinterher rutschen. Ich glaube, wir sollten uns vorher noch mal eincremen. Ich habe keine Lust, am Sonnenbrand zu sterben. Leichte Übertrauensvieserung. Aber sonst sollte auch noch eine drin sein. Ich finde, die Wehr riecht immer. Wir lassen das Baby ertrinken. Das ist ein Apfel. Alles gut. Unser Wasser ist süß. Das ist ein Apfel. Okay. Gut. Gute Süß. 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 Aus Versehen, Lili, ist es klar. So hieß der Titel der Winnung, ne? So ähnlich, ja. Kameraleute, tot und süß. Da bin ich reingeschossen, ins Bild, ne? Der ist voll weggespielt worden. Der ist voll weggespielt worden. Ja, und wenn man jetzt sie dazwischen schneidet, wie sie guckt, so ein Blick. Sauri, Schluss jetzt. Das hat sie gerade gesagt, ja. Hier haben wir schon Welpen gerettet, hier bei der letzten Stadt, Tierretter hier. Ja? Ja. Die Autorin hat einen Welpen aus Mallorca übernommen. Ja, ne, Buddy. Und dann hat noch einen anderen. Lisa. Ja, das macht trotzdem. Hör auf, du bist ja ein bisschen gesehen. Ja, ein bisschen gesehen. Alles sauber, Lisa, du kannst da ruhig reingehen. Ja, ja. Ja. Läuft, ne, läuft nicht, doch läuft. Oder halt an dem großen Rad kannst du drehen, dann kannst du die Blende runter machen. Ja, okay, aber das geht ja so jetzt, oder? Oder nicht? Ja. Ja, danke. Ja, danke. Ja. 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 Vielen Dank. Wir sind ganz nah, guck mal. Das ist der Charlie. Der Charlie. Komm! Super! Super! Jenna! Jenna! Komm mal jetzt her! Hey, komm! Komm! Ja, komm! Hallo! Hallo! Oh, jetzt kommt noch mal! Oh, jetzt kommt noch mal! Boah, guck mal die Wellen jetzt hier! Boah, was? Ah! Ja! 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 Komm, ich holen! Milo! Hey, Milo! Mach mal zu! Hey, die Pehlen! Hallo! Meilo! 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 Komm her! Meilo! Komm mal schnell! Komm mal schnell! Komm mal schnell! Meilo! 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 Ich glaube die Jungs wollen langsam los! Los! Meilo! Meilo! Ich bin! Vielen Dank.